Oh man, hab ich ein Pech heute. Beziehungsweise generell mit diesem Ass. Vorsicht ey, ich hab hier ein Getränk. Okay. Okay. Will ich das schaffen. Ich bin mir unsicher, ob das geht. Aber ich probier's einfach aus und es hat geklappt. Das war sowas von gekonnt. Freikugel. Sowas von gekonnt. Bla, bla, bla. Okay. 110.000 Steel Punkte. Okay, ich würde mal sagen... Äh. Ah, und Freikugel. Und noch ein Steinschlag, das heißt... Ja, ich will glaube ich nur in die Seite hier lieber. Freikugel. Okay. Okay. Und, ähm... Zehn Kugel haben wir noch. Okay. Okay. Es hätt ruhig, äh... Da reingehen sollen. Okay, in den Kessel. Ich nenn's einfach mal Kessel. Ist ein Kessel. Ist ein Topf. Ist ein Kessel. Ist ein Kessel. Ist ein Topf. Ist ein Kessel. Ist ein Topf. Irgendwas. Und der denkt an Bananen. Aus irgendeinem Grund denkt Jeffrey an Bananen. Bananen sind gesund, hab ich gehört. Aber ich, äh... Ich esse selten Bananen, muss ich sagen. Ich mag eher Äpfel. Freikugel. Aber gegen Äpfel bin ich allergisch. Gegen die meisten jedenfalls. Aber es ist eine andere Geschichte. Okay. Okay. Sechs Kugeln hab ich noch. Ähm... Die meisten sind leider hier, äh... Ja, das war total scheiße. Und... Das war... Besser. Besser. Weil ich eine Freikugel dazu bekommen hab. Und, äh... Ich glaube... Ich glaube... Ich werde mal folgendes tun. Ich werde... Die hier zuerst... Ah, oder auch nicht. Okay, das war total daneben. Die hier zuerst. Und dann, äh... Die nächste. Denn... Oh, Freikugel. Das war absolut gekonnt. Absolut gewollt und absolut gekonnt. Und, äh... Hunderttausend. Komm, hunderttausend. Hunderttausend. Nein, nein. Doch, doch. Hunderttausend. Alle in 10.000. Natürlich. Das ist schämtlich. Dankeschön, Jeffrey. Danke. Danke, Jeffrey. Das hat mir einen riesen Gefallen getan. Oder auch nicht. Das hat mir 10.000 gegeben. Oh, 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 oh. 427.500. Ich hab's geasst. Boah. Das erste Mal, dass ich was geasst hat, glaube ich. Oder das zweite Mal. Ich glaube, im ersten habe ich es geasst. Aber das hat's ja nicht gezählt. Ich nehme an. Incoming Trial. Auf die 10. Hey, Mann. Wie wär's mit Bowling? Du hast drei Kugeln. Räume alle Spielsteine ab. Okay. Oh, verdammt. Okay. Ich glaube, das wird sogar machbar sein. Oh, verdammt. Okay. Drei Kugeln und sowas von gekonnt. Sowas von gekonnt. Yeah. Und jetzt kann es reingehen, wo es will. Denn alles ist 100.000. Sondern es geht natürlich in die Mitte. In die Mitte. Dann, wenn es total unwichtig ist, in die Mitte zu kommen. Geht er natürlich in die Mitte. Unter Prüfung bestanden. Habe ich selten gesehen. So ein Satz. Prüfung bestanden. Meine. Achso. Meine Lieblingsbrücke. Sie verbindet die beiden Seiten des Canyons. Für einen Moment habe ich seine Stimme vergessen. Okay. Räume alle. Ich habe jetzt nicht gesehen, was da... Kann man das normal sehen? Irgendwo? Ah, ja. Ass Punkte zahl 275.000. Das ist eigentlich ganz machbar. Aber... Aber... Freikugel! Aber... Es wird schwierig. Ah, es wird sowas von schwierig. Oh, sehr gut. Yeah. Total gekonnt. Total machbar. Total machbar. Neun Kugeln haben wir noch. Und... Ah, es sind noch einige dabei. Es sind noch einige dabei. Wobei ich jetzt nicht weiß, wohin ich schießen soll. Ehrlich gesagt. Geht jetzt einfach mal dahin. Multiplikator. Aber dann doch... Ohne Freikugel. Wovon gekommen. Okay. Äh. Ne. Es hätte besser laufen können. Definitiv besser. Oh. Der Beaver ist kurz vorbei. Äh... Ges... Hier. Geskatet. Okay. Das war total für den Arsch. Okay. Ich probiere mal folgendes. Ähm... Ähm... Äh... Äh... Ja, sehr gut. Okay, ähm... Ich glaube... Ich glaube... Es ist wichtig, die da vorne zu kriegen. Oder die da hinten. Ah. Das andere hättest du auch ruhig mitnehmen können. Okay. Okay. Hätt schlimmer laufen können, würde ich mal sagen. Drei Kugeln sind noch übrig. Drei Kugeln sind übrig und drei Spielsteine. Verdammt. Das wird sowas noch nicht klappen. Das wird sowas noch nicht klappen. Yep. Ich bin sowas von gefickt. Ah. Mist. Ah. Das wird sowas noch nicht schaffen. Verdammt. Okay, ich glaube, ich muss folgendes tun. Oh, Freikugel. Das heißt... Das heißt... Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt gut ist. Verdammt. Das wird echt nicht einfach. Oh, Mist. Ah, verdammt. Aber... Aber... Das wird doch machbar sein. Sehr gut. Extrem... Fieber. 10.000 natürlich. Nein. Oh. Nein, 10.000. Wie konnte ich nur 146.000 Punkte machen? Das geht doch nicht. Wie konnte ich? Wie konnte ich nur? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Oh. Meine Katze schmeißt hier gerade tausend Sachen rum. Äh. Sie sind das Adler? Ich hasse Adler, Mann. Hä? Sie sind das Adler. Gut Deutsch. Äh. Ja, meine Katze schmeißt hier gerade Sachen rum. Äh. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber... Die macht ständig scheiße. Die ist... Äh. Vorhin lag sie doch im Karton rum. Weiß gar nicht. Äh. Ich hab... Vorhin... Äh. Äh. Was... Von Amazon bekommen und... Äh. Hat sich gleich in den Karton reingelegt. In die... In die leere Schachtel. Was haben Katzen mit Kartons? Die legen sich da rein und... Fühlen sich total... Ähm. Hier. Total gescheitert. Verstehst du nicht. Warum tun Katzen das? Warum machen sie das? Was haben sie mit Kartons? Was ist das für ein... Was ist das für... Was ist das? Man weiß es nicht. Soll ich vielleicht mal ausprobieren, in so einem Karton zu schlafen? Vielleicht ist es voll... Es ist voll die Offenbarung. In so einem Karton zu schlafen. Hä? Wahrscheinlich haben Katzen. Äh. Keine Ahnung. Ich glaub... Katzen sind schlau. Und deswegen... Vielleicht haben sie einen Grund, warum sie ständig in Kartons schlafen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin. Aber naja. Freikugel! Wahrscheinlich, weil es während diesem... Während dieses Spiels eh nichts anderes zu sprechen. Beziehungsweise zu labern gibt. Außer irgendwie... Äh. Freikugel oder auch nicht! Naja, ich nehm mal hier diese grüne Kugel. Äh. Und komm, mach was! Mach was! Freikugel! Freikugel! Und ähm... Und ähm... Etliche Spielsteine. Ah, verdammt! Warum konnte der da nicht... Äh... Obwohl... Äh! Ne! Ne, doch nicht. Ne, immer noch scheiße. Ich hab zwei... Das ist sowas mal nicht machbar. Aber sowas mal nicht. Oh, verdammte... Oh, Mist. Okay, ich denke, das ist das erste Mal, dass ich etwas nochmal machen werde. Ah, verdammt... Oh, scheiße. Na gut. Nochmal. Jetzt weiß ich, wie sich das anhört, wenn... Okay, nochmal. Nochmal. Ich mag diese Map nicht. Ich mag Jeffrey generell nicht. Irgendwie, hab ich so das Gefühl. Bäm. Mach was, mach was. Ah, komm, mach was. Nein, fall da nicht einfach rein. Komm, mach was. Ja, ja, Freikugel, sehr gut. Freikugel. Okay. Ich würde sagen... Erste Position. Ja, okay. Wie auch immer. Bäm. Bäm. Komm, ein paar... Ja, ja, ein paar orangenen Kugeln, ein paar orangenen Kugeln. Ja, okay. Es hätte schlechter laufen können. Ich glaube, es sieht gut aus im Moment. Okay, okay. Ah, es war total schlecht. Es war absolut total schlecht. Okay, Freikugel. Und Jeffrey denkt immer noch an Bananen. Ich weiß nicht, was er mit Bananen hat. Okay. 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 Ja. Ja, keine Freikugel. Okay, Jeffrey. Pass auf. Okay, das war nicht gut. Vor allem, weil ich das überhaupt nicht gebraucht habe, eigentlich. Obwohl, äh, doch, eigentlich schon. Pass auf. Ähm. Ich glaube zu wissen, äh, ich kann mich nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Pass auf, ich entscheide mich hierfür. Freikugel. Okay, das würde ich locker schaffen. Aber sowas von locker. Ich könnte es theoretisch, ähm, freispielen, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Okay, 100.000 wäre sehr schön. 100.000, komm schon, 100.000. Nein, es geht direkt in 10.000. Letten. 10.000, wahrscheinlich. Äh. Äh, 10.000, selbstständig. Ich weiß. Bis zum nächsten Mal.